Als ob das stimmt, das müssen wir überprüfen. Aber dazu brauche ich erstmal meinen Nintendo Switch Pro Controller. Wo habe ich denn das letzte Mal gesehen? Ich glaube, das war irgendwo in der Küche. Ich glaube, das war im Gefrierfach. Lass mal nachschauen. Oberstes Fach? Ah, da sehe ich ihn ja auch schon. Und Snatch It mitgenommen. Jetzt nur noch ein helles Plätzchen aussuchen und schon können wir loslegen. Um den rechten Control Stick geht es, also den runterziehen und... Oh mein Gott, ich bin tatsächlich da. Thanks to all Gamefans. Es stimmt also wirklich. Hättet ihr das gedacht?